Wer sich gerne an der frischen Luft bewegt und bei heißen Rhythmen nicht ruhig stehen kann, der ist bei der Alpen-Zumba-Party am 29. Juni in der Silvretta Montafon genau richtig. Das ist Lebensfreude. Es ist für jeden Mann. Das kann jede Zumba machen. Und da ist es schön daran. Das kann Jungen machen, das kann Ältere machen. Und das ist ganz anders als eine normale Fitnessstunde, weil es ist wie eine Party. Beim Höhentraining über 2000 Metern mit den Instruktoren von Zumba Vorarlberg auf der Terrasse der Novastober kommt jeder ins Schwitzen. Ja, für eine Holländerin ist das natürlich immer extra besonders, aber ich finde die Kulisse traumhaft. Es ist schön. Man merkt schon die Höhe. Also ich habe es vorher gemerkt, wo wir getanzt haben. Man kommt schnell ins Schwitzen, man wird schnell müde und ich glaube, es ist für die Kondition ganz gut, dass man trainieren kann. Zusätzlich gibt es kostenlos Säfte, Früchte und Gutscheine für alle Teilnehmer. Das Tanz-Event der Extraklasse ist auch für Gemütliche, die lieber von den Logenplätzen aus zuschauen und das Bergpanorama genießen, ein unvergessliches Erlebnis. Die Berggastronomie der Silvoretta Montafon bietet eigens sportliche Menüs für alle Tanz- und Fitnessbegeisterten an. Es wird ein ganz spezielles Programm. Wir sind sechs verschiedene Instruktoren mit verschiedenen lateinamerikanischen Rhythmus und amerikanischen Rhythmus, die Montafon in Feuer bringen. Mehr Informationen und Anmeldungen unter silvoretta-montafon.at